zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir und zwar hatte ich ja in meinem vorigen video euch schon die produkte von song garden gezeigt unter anderem das thermogel und ich wollte euch jetzt einfach zeigen wie das sich verändert also wie das halt farblich aussieht wie ihr seht der ist jetzt grün und wenn ich den jetzt in altes wasser packe dann sind die blau also ich finde das ist ein cooles blau ein sehr sehr cool also ich mag dieses blau und nun sind sie wieder normal es sind sehr sehr schöne farben auch dieses grün ich hätte nie gesagt dass ich mir mal so ein grün auf den nägel macht ich hoffe ihr könnt das sehen der jetzt nicht das geht auch rucki zucki na man hält das rein und der ist sofort blau dann halte ich den jetzt hier rein und sofort grün also es ist wirklich mega faszinierend für mich wie gesagt das ist mein erstes mein erstes thermogel was ich zu vorne die spitze noch ziemlich noch blau ist das sieht sehr lustig aus ja also das war dann halt mein video zu diesem thermogel von sandgarden den link den link von den von der firma verlinke ich euch unten in der info box ja also die haben echt tolle gele da super thermogel noch tolle normale gele also auch wie gesagt dieses lollipop hier finde ich auch ganz cool das ist ein richtig richtig intensives pink da bin ich mal gespannt da wird mir bestimmt noch einiges zu einfallen ja das war dann das video dazu das sieht so lustig aus ich bedanke mich bei euch fürs zusehen ja und wünsche euch noch einen schönen tag bis dann ciao